auf ggt4 keine rüstung davor hat so perfekt funktioniert haben das raumschiff der allianz gesprengt besser gesagt mein kamerad an diesem tag nahm ich dann abschied von sam eine armada der allianz machte das ende von reach gestiegen wieder auf ort und gelenk von captain tic alles klar dann geht es weiter hier würde ich sagen wo messen wir überhaupt hin der muniz von was hier hoch nein Wenn man nicht tot ist Landungsschiff Bitteschön Sorry Hallo Lebu, Servus Guten Morgen Guten Morgen kann man nicht mehr sagen Atmosphäre ist eigentlich ganz gut Loh War ich hier nicht eben schon? Ich war hier doch eben, lol, bin ich jetzt gerade nicht im Kreis gelaufen, oder? Anscheinend ja schon. Ja, ich bin im Kreis gelaufen, die läuft bei mir. Warum bin ich im Kreis gelaufen? Die Atmosphäre ist echt geil. Ah, ok. Alles ist gewollt? Nein, schon. Öl. Öl, aber warte mal. Na geil, machen wir den Rest mit dem Nahkampf. Das war knapp, Alter. Äh, knapp. Wer ist beim... Lass. Warte mal da. Ich hab Bock jetzt. Gut. Ähm... Hier gehen wir mal rein, ne? Ähm... Warte hochgekommen. Plattform. Gut. Ja, komm, komm, komm. Ich bin irgendwo in der Zeichnung, ja. Bande. Viel Spaß. Warum du nicht. Das sind ja solche Basen. Jetzt lang, ist der echt rein? Irgendwie nach so einem Ritualraumraum. Das ist ja so ein Ritualraumraum. Du bist ein HP. Ja, ich weiß es gut. Ja, ich weiß es gut. Ich war doch hier schon. Ich war hier doch schon. Auch immer im Kreis. Gleiche weiter. Hier komm ich doch grad. Bin ich hier raus? Muss ich wo lang? Geht's ja nicht weiter. Muss ich irgendwo was machen, oder? Ja? Denk ich mal. Aber was muss ich? Und hier komm ich ja. Ja. Ah, hier bin ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es nicht mehr, wie es liegt. und hier komme ich doch wenn ich jetzt mal wenn ich einen sehe ich irgendwie gar nichts machen hier irgendwie hoch irgendwo hier komme ich ja hier 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 ich weiß nicht was ich machen soll das ist auch eine konsole wie ein treppenaufstieg also muss wir zurück wahrscheinlich keine ahnung und dann nach hoch dann hier oben wie komme ich nach oben und nach oben ich bin total überfordert gerade es tut mir leid aber irgendwie nach oben ist schon mal gut das ist mir leid also bist ein gegner leid das ist das hier so lange überlebt und dann tötet sein eigener ziel was ist das hier? was ist das hier Leute, so gehen wir mal weiter ah ja jetzt sind wir oben was können wir jetzt nicht machen? Lichtbrücke was ist hier oben? ich meine wir können da weiter ja aber blausig was ist hier oben? ist das hier oben? ist das wo wir eigentlich lang sollten aber ok ja 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 jenkins wenn die allianz diesen teil meiner geschichte auslöscht besser das als uns also plan ist heute halo 1 durchzuspielen willkommen dann würde ich sagen morgen 2 oder sowieso warten sie auf den käften und seinen trupp und dann rein ok gehen wir das ist doch irre sehen sich das an irgendetwas hat ihn aufgerissen und die innereien zerfetzt was ist das das mal treffer möglich keine ahnung ein unfall von den eigenen jungs aus versehen erschossen was gibt's sergeant sieht wie eine patrouille aus knallharte elitereinheit alle tot reizen freunde von ihnen das wüsste ich fein machen wir diese tür auf ich versuch's da sieht so aus als hätte die allianz sie ziemlich gut verriegelt ausführung ja man war die gut verriegelt man war die gut verriegelt ich hab's ein mieses gefühl ja ich auch wir haben nie ein gutes gefühl bei der captain sergeant hörte mich was geht's hier vor soldaten wir haben selbst auch kontakte jede menge aber die sind nicht von einer allianz aber die sind nicht von einer allianz die machen nein 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 corporal hören sie mich Mendoza sehen sie zu dass sie zum zweiten trupp kommt finden sie raus was hier los ist aber keine widerrede soldat ich habe ein befehl erteilt hören sie was ist das wo kommt das her von überall es ist da schaut ruhig bleiben ruhig bleiben sagten sie sagten wir sind umziehen verdammt Jenkins vollkommen sie endlich es sind zu viele sarts versuchen sie das nicht Mary das ist wahnsinn kommen sie zurück das ist ein befehl wer sind das für Viecher wir sind immer noch da ok wöhm dass die Oh Gott Was ist los Bruder? Oh Gott Alter wie viele Was ist das? Das ist ein riesiger Mutant Alter Muss los Die haben sich in den Büchern Überpflanzt Was ist das? Wie heißt das? Parasiten die sich dann vermehren im Körper Oh mein Gott Alles voll Alles voll Warte wie es einfach alles voll ist Versuch abzuhauen Okay Lull Oh entkommen sie Oh ok Gut das wusste ich nicht Aber ich muss Hier runter Alter Haut rein Ist ja auch alles voll alter Ja Was fucking nochmal los Ja Ich muss erstmal hier clearn Erstmal clearn Keine Ahnung wo ich lang muss Und 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 Die Ungeschwindigkeit her sind die schneller als ich 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 Bis lang Hier kann ich nicht raus Muss nach oben Ja Oh Ist Ich 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 Hier rauskomme Ich Hab belastend Geh weg von mir Dika 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 Wilson Isso Sbro Ich habe keine Ahnung. Ein Plan. Ich weiß es nicht. Hier oben halt. Sind auch alle oben ey. Ja die muss. Komm mal. What the fuck. Sextron sind da auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aha. Eine Schroplinte. Eine Schroplinte meine lieben Leute. Eine Schroplinte. So. Ähm. Geil. Versuchen wir mal zu entkommen irgendwie. Sieht aus wie so eine Waffe. Keine Ahnung. So eine Railgun. Okay. Schläge bringen nicht viel. Oh Gott. Was willst du denn jetzt noch. In die Fresse rappen. Hier. Paschel fahren. Wo kommen die auf einmal alle her. Oh. Oh. Nein. Das war. Ich habe die Fresse. Oh. Das war. Das war. Oh. 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 Oh, so ein ekliges Geräusch, Alter. Sie hören sich komplett retarded an. Was? Mich verarschen? Finde ich dein Ernst? Mach halt die ganze Zeit die scheiße Lichtbrücke wieder an und aus. Ja. Was ist denn los mit dir? Schaut rein, Leute. Nein, klar. Warte mal, wenn ich wirklich drüberläufe, können die auch schaden? Oder sterben die? Muss los. Gehen wir mal hier lang. Oh, wir sind studen jetzt. Stirb. Oh. Oh. Benastend. Ich habe keine Ahnung wie ich hier rauskomme. Spieltour gibt kein Plan. Da komme ich hin. Viel Spaß damit. Wenn du auf die springst. Ok. Ich weiß nicht, muss ich runter? Ich habe keinen Plan. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das schlimm ist, dass ich keine Ahnung habe, aber das ist Fakt. Ich habe keinen Plan. Gut, wir müssen da wieder durch. Irgendwie nach oben kommen. Schade. Irgendwie so eine Orientierungshilfe. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Das ist ein Plan. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich finde das ein bisschen doof, dass man nicht genau weiß, wie man hier wieder rauskommt Da komme ich ja, oder? Ich habe keine Ahnung So, keine Ahnung So, keine Ahnung Hier komme ich doch gerade Das ist nur ein Lagerraum, oder was? Ich habe keine Ahnung Da komme ich ja auch nicht lang Richtig? So ein Lagerraum Gehen wir hier lang Auch wenn ich wirklich keine Ahnung habe Das ist echt kacke Also so ein kleiner Hinweis, wo man lang gehen kann und sollte Das wäre schon ganz geil Ich meine, das ist ja in den neueren Teilen von Halo auch Weißt du? Wenn man jetzt hier nicht verläuft Ohne Grund Also da komme ich jetzt gerade Ich laufe den Raum jetzt einfach mal ab Da können wir nicht rein Auch nicht rein Also da ist gar keine Tür Auch nicht Wir müssen also prinzipiell hier hin Wir müssen hier lang Was soll ich jetzt abschießen? Oh Das ist nicht so smart Hier war ich ja auch schon Hier komme ich Hier komme ich ja Ich muss irgendwie nach Ich weiß nicht Keine Ahnung Gut, okay Keine Ahnung Hier komme ich doch gerade So von hier So von hier Hier komme ich Da war ich noch nicht Da war ich auch schon Da geht es aber auch nicht lang Ich gehe auf die andere Seite Guck was da ist Ja Da kommen wir doch auch schon Ich gehe zu erinnern Ja Da kommen wir auch schon Ah Guck mal Der hat ein Hüftleiden Da hat noch ein ganz anderes Leiden Mal gucken Wo wir lang müssen Wenn wir rausfinden Oh Kontrollpunkt Leute Kontrollpunkt Die Musik passt zu Halo Das ist in Ordnung Kann nämlich auch rangieren Auch rein Oh Okay Die Musik passt jetzt nicht mehr zur Halo Ja Ich meine Am Anfang hat sie gepasst Jetzt ist sie in der Dome Komm Leck mich doch Digga Ob ich sie nicht treffe Ich habe ihr Signal verloren Als sie in dem Komplex verschwanden Was geht da unten vor Ich empfange überall Bewegungen Richtig Ja ich auch Okay Die Musik passt nicht Auch wenn das hier Dschungel ist Aber passt nicht zu Halo Hä Wenn ihr mal von meinem Penis redet Ja Oh Gott Ist das dumm Das war nur dumm Oh oh Ich weiß jetzt schon Ich bin eins der aus dem Team Überlebt wahrscheinlich Ja Oh Gott Ich bin eins der aus dem Team Ich bin eins der aus dem Team Was ist das? Was ist das? Das ist auch der Turm, ja? Block das Ding auf einmal, ja? Oh, gut! Okay. Okay, aber was mit meiner Einheit? Ist die jetzt tot oder was ist da los? Hm? Okay. 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 Wir müssen den Index mitnehmen bevor wir die Einrichtung aktivieren können. Hier sind ja auch Viecher. Boah, ist halt so ein richtig fettes Vieh. Hier haben wir nach. Bruder, muss los. Wo ist meine Schroflinte? Du hattest noch eine Schroflinte? Du hattest noch eine Schroflinte? Ja. Keine Munition mehr. Ich bin am Arsch. Ich bin richtig am Arsch. Oh, der hat noch mit... Der hat eine Schroflinte für mich. Boah. Ganz leicht reden, ne? Mal lieber. Oh. Wo ist der weg sein? Schau mir. Oh. Wo ist der weg sein jetzt? Da ist der. Oh, ich bin fast dort. Ich bin fast dort. Jo, alles klar. Bruder, muss los. Der Index befindet sich im Energiefeld über uns. Wir müssen da hoch. Ja, wir müssen da hoch. Da hoch? Ich bin auf dem Weg. So. Laufen wir mal. Spricht so. Oh, ich bin ja. Laufaart. Heiwas! Ich bin wundersch für dich. Wundersch haben! Ich bin geschafft! Das war's für heute. Das ist lustig, ne? Spasst. 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 Sie haben so schwache Waffen mitgebracht, um die Flut zu bekämpfen, trotz der Eindäckungsprotokolle. Wo ist der Wixer? Ja, komm! Oder ist die Krise? Wo sind jetzt lang? Hier lang? Ja. Merkwürdig, sie haben so schwache Waffen mitgebracht, um die Flut zu bekämpfen, trotz der Eindäckungsmotokolle. Hier ist man. Einigeres Hören, alles klar. Die Platz dürfen nicht auf der Einsicht zum Entweichen. Sie verdichten sich alles. Ich krieg die Krise, aber man hat keinen. Ich krieg die Krise, aber man hat keinen. Ja, wir haben so schwache Waffen mitgebracht, um die Flut zu bekämpfen, trotz der Eindäckungsrotokolle. Ja, was, 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 was schmeiß ich hier runter? Ach wirklich? Just so that ends? Just so that ends? Just so that ends? Oh man Just so that ends? 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 Alles ist leer alter ich kriege die Krise. Ich will so sterben. Das ist ein Missgestaltender. Was ist denn jetzt lang? Wo lang? Was ist denn jetzt lang? Was ist denn jetzt lang? Was bist denn du Scheißwürfel? Das Profit. Hier war ja doch. Was ist denn das? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was denn jetzt in? Uh, hier. Oh, 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 hier. Ah, ist okay. Oh, hier. 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 Oh, hier.